Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal wieder auf etwas reagieren und zwar auf Despacito, Hashtag 2. Warum es Hashtag 2 heißt keine Ahnung, aber lasst es uns mal zusammen angucken und viel Spaß. Geht auf Sanctis Shop und kauf seinen Scheiß. Erstmal Mario. Ei, ei. Oh, du Scheiße. Sch an 듣ung. Aufzверteルtae. Dos. Tres. Je denkt ja nur Schatz! Was machst du schon wieder da? Help! Tschüss! Komm, wir seksen! Ja, 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 ja. Kann ich nicht auf keinen Kommentar? F**k, jetzt f***, dann mich gut D-D-D-D-D-D D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Körke, gimme Sammornitos Boog stopp-pog-pog-boog-bog-bog-bog-bog-bog-bog-bog-bog! Das war auf jeden Fall cool. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat mich amüsiert, irgendwie dieses Lied anzunehmen. Es war witzig. Auf jeden Fall, wenn ihr das Original-Video sehen wollt, das richtige Video ist in der Infobox verlinkt. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt. Wenn wir die 2000 Abos knacken, gibt es einen 50-Euro-Gutschein zu gewinnen. Also abonniert und teilt fleißig das Video. Bis zum nächsten Mal.